dann geht es dann geht es weiter und zwar wurde ich darum gebeten dich zu deiner persönlichen traum elf zu befragen trifft dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen kalt weil ich es dir vorher nicht angekündigt habe aber hast du denn vielleicht so was wie wie eine wie eine persönliche traum elf von spielern zu denen du vielleicht immer hochgeschaut hast oder vielleicht auch von spielern mit denen du selbst schon gegen die oder mit denen du schon gespielt hast ja natürlich im tor abtes bei den war ich bei koppos linker verteidiger peki filipovic jetzt kommen ich muss nicht erwähnen links in der verteidigung jose matubila rechter verteidiger mein bruder dennis dann soweit ich rechter verteidiger christopher braun super freund super fußballer was informationen spiele ich denn damit ich nicht so viel unterbekomme links außen christopher massamba mann diangu super kicker da habe ich auch zusammen gespielt auf der 10 tunai toron rechts außen kingsley schindler ich mache noch jemand machen noch zehner ja steven leberend und im sturm Staley Mamba. Der Truppel kann ja Bundesliga spielen.